Hallo beim bewegten Adventskalender und heute willkommen zu einer Atemübung. Wenn wir tief atmen, dann fördert das unsere Durchblutung, das schärft unseren Fokus, es verbessert die Verdauung und trainiert auch gleichzeitig ein bisschen das Gedächtnis, weil wir es einfach besser mit Sauerstoff versorgen und wenn wir tief atmen, der schönste Nebeneffekt von tiefen Atemzügen ist, dass wir etwas ruhiger werden. Also lass uns gleich loslegen, schließ deine Augen, komm in einen ganz bequemen Sitz hier und dann lass dich von deinem natürlichen Atemrhythmus einen Moment führen, ohne dass du irgendetwas veränderst, dass du versuchst, deinen Atem irgendwie zu leiten. Beobachte einfach mal deinen ganz natürlichen Atemrhythmus. Lass den Atem schön durch die Nasenlöcher einströmen, die Luft und mit geschlossenem Mund wieder die Luft durch die Atem, durch die Nasenflügel ausatmen. Und wenn du dich jetzt ganz dolle auf die Nasenspitze konzentrierst, kannst du vielleicht sogar spüren, dass beim Einatmen die Luft ein bisschen kalt ist und beim Ausatmen die Luft sich ein bisschen wärmer anfühlt. Atme noch dreimal ganz normal ein und aus durch die Nase hier. Und beim nächsten Einatmen atme ein bisschen tiefer ein durch die Nase. Lenk jetzt deine Aufmerksamkeit auf deinen Brustkorb und fühl einfach mal in deinen Brustkorb rein, wie der sich bewegt beim tiefen Einatmen. Und auch durch die Nase wieder ausatmen. Und einfach hier weiter ein bisschen tiefer durch die Nase ein und dann ein bisschen länger durch die Nase wieder aus. Lass dich nicht ablenken. Ich habe Luna hier bei mir, die die Adventsdeko, die ich neben mir stehen habe, auch ganz arg interessant findet. Schau aber, ob du weiter mit deiner Aufmerksamkeit bei deinem tiefen Einatmen und deinem langen Ausatmen bleiben kannst. Während du weiter tief ein- und lange ausatmest, schau auch mal, ob du vielleicht in deinem Sitz ein bisschen zusammengesunken bist. Kannst du hier wieder ein bisschen Länge in die Wirbelsäule bringen. und streng dich das Atmen an. Hast du irgendwo im Körper jetzt Verspannungen? Oft passiert es, dass wir die Stirn in Falten legen oder dass wir sogar die Zähne aufeinanderpressen. Schau einfach, dass du hier alle Muskeln im Gesicht löst und wir atmen noch einmal richtig tief durch die Nase ein und dann öffne den Mund und atme aus. Lass alles los. Prima. Spür noch einmal kurz nach, was diese Atemübung mit dir gemacht hat. Und wenn du bereit bist, öffne wieder deine Augen und dann sehen wir uns morgen wieder hier für eine neue Bewegungseinheit beim bewegten Adventskalender. Bis dahin, macht's gut. Spür noch wohl. Untertitelung des ZDF, 2020